Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review der Cooler Master Master Liquid Pro 280, einer Kompakt-Wasserkühlung, welche für etwa 104 Euro erhältlich ist. Werfen wir zuerst einen kurzen Blick auf die Verpackung. Diese ordnet sich optisch da ein, wo Cooler Master die meisten Master-Produkte platziert, nämlich im Bereich Schlicht und Edel. Die Wasserkühlung selbst steht hier klar im Vordergrund. An den Seiten haben wir noch ein paar technische Daten angegeben, eigentlich die wichtigsten. Interessant finde ich hier die Lebensdauerangaben der Lüfter. 490.000 Stunden wären etwa 56, irgendwas Jahre. Ob sie jetzt so lange durchhalten, kann ich natürlich im Praxistest nicht testen. Die 70.000 Stunden der L10-Live-Spanne, also wann 10% der Muster kaputt sind, halte ich dann doch für realistischer. Kann natürlich sein, dass sie so lange halten, ich möchte das jetzt nicht verleugnen, aber gut, ich denke mal, niemand wird seine Wasserkühlung unbedingt so lange nutzen möchten. Ganz abgesehen davon, dass die Pumpenlebensdauer noch etwas niedriger liegt und man die Lüfter dann im theoretischen Fall irgendwo anders noch für ich weiß nicht wie viele Jahre weiter betreiben müsste. Auf der Rückseite haben wir nochmal schematisch die Pumpe dargestellt und die Dimension der einzelnen Teile. Wenn man das so in einem Laden vor sich hat und ungefähr weiß, was in sein Gehäuse passt, vielleicht ganz nett zum Abschätzen. Auf jeden Fall sind diese Zeichnungen immer sinnvoll, gerade wenn man gucken möchte, passt der Radiator noch ins Gehäuse oder nicht. Aber genug zur Verpackung, schauen wir uns den Kühler bzw. zuerst den Radiator selbst an. Dieser macht einen sehr eckigen Eindruck und nicht nur der Radiator selbst, sondern auch die Lamellen, welche sich rechtwinklig komplett gerade durchziehen, wird wahrscheinlich auch nochmal für einen besseren Luftdurchstrom sorgen. Wie man mit dem einfallenden Licht jetzt sehen kann, verbogene Lamellen sind bei mir keine dabei gewesen. Insofern keine Beschädigungen bei der Verpackung oder bei der Fertigung aufgetreten, das spricht ja auch für eine gute Qualität. Der Radiator selbst ist aus Aluminium gefertigt, aber aus einem Aluminiumradiator kann man natürlich super Leistungen rausholen. Eine Sache, die ich sehr schön finde, was nicht viele Radiatoren bieten, sind die verschiedenen Bohrlöcher für 140 und 120 mm Lüfter. Also angenommen, man hat noch irgendwelche richtig guten für Wasserkühlung richtig guten 120 mm Lüfter rumliegen, die man verwenden möchte oder irgendwelche auffälligen LED-Modelle, dann kann man das hier tun, ohne zu Heißklebepistole greifen zu müssen. Zudem können auch Lüfter auf beiden Seiten angebracht werden, Push-Pull-Konfigurationen sind also möglich. Dann müsste man aber Lüfter wählen, wo Schrauben dabei sind oder noch neue Schrauben dazukaufen, denn im Lieferumfang, das kann ich schon vorwegnehmen, sind nur genug Schrauben da, um die beiden mitgelieferten Lüfter zu installieren. Mit 2,7 cm in der Breite ist der Radiator auch eher dünn, für I.O. Lösungen aber relativ Standard. Die Anschlüsse sind nicht modular und alles ist fest verbaut. Wer also irgendwas erweitern möchte, der macht das auf eigenes Risiko, ohne Garantie. Und das Ganze wird wahrscheinlich eine ziemliche Sauerei, ich würde also davon abraten. Die Schläuche selbst sind sehr schön gehalten, denn sie sind mit einem recht engmaschigen Kunststoff-Sleeve versehen, der bis zum Ende in den Heatshrink übergeht. Finde ich persönlich viel schöner als jetzt ein reines Gummikabel. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich denke, für die meisten wird das auch schöner wirken. Und es trägt natürlich zum allgemeinen, edlen Äußeren der Wasserkühlung bei und ich denke mal, hierauf hat Cooler Master auch abgezielt. Die Schläuche selbst sind auch sehr gut biegbar und man kann sehr enge Radien damit legen. Das heißt, man sollte keine Probleme kriegen, sie an jeder passenden Position zu installieren. Die Schläuche sind einem dann nicht im Weg. Der Pumpenblock selbst ist auch relativ spannend, denn der ist in zwei Sektionen unterteilt. Das macht Cooler Master, damit die Pumpe nicht direkt mit dem warmen Wasser in Verbindung kommt. Dies soll nochmal die Langlebigkeit der Pumpe stärken, da sie so kühler läuft. Oben können wir die Pumpe auch durch ein kleines Sichtfenster begutachten. Ein Cooler Master Logo ist noch eingelassen und das Fenster selbst ist auch unter Last noch beleuchtet, beziehungsweise wenn die Pumpe läuft. Den Effekt schauen wir uns später natürlich auch noch an. Die Schläuche selbst sind auch drehbar an der Pumpeneinheit angebracht. Das heißt, man kann sie noch ein bisschen verstellen. Je nachdem, ob der Radiator jetzt nach unten, hinten oder vorne weg geht und je nachdem, wie man den Pumpenblock installiert hat, kann man so die Schläuche entsprechend hindrehen, dass man sie nicht einmal erst 180 Grad rumdrehen muss, um in die Ausgangsposition zu kommen, wo der Radiator sich befindet. Das Anschlusskabel der Pumpe ist angenehm kurz gehalten, so dass man kein unnötiges Kabel rumfliegen hat. Zudem ist es recht schön gesleeve. Der Heatshrink ist jetzt weiter als er müsste, aber er ist zumindest komplett bis zum Ende durchgeführt und man hat kein Problem mit bunten Kabeln, die am Ende doch noch hervorgucken und das Äußere ruinieren. Unten haben wir eine massive Kupferplatte, welche natürlich noch einen Aufkleber drauf hat. Der muss ganz wichtig ab, bevor er den Kühlblock selbst installiert. Da wir hier nur Kupfer haben und kein Aluminium verarbeitet, kann man auch Flüssig-Metall-Wärmeleitpaste verwenden, wenn man das denn möchte. Insgesamt macht der Pumpenblock einen recht wertigen Eindruck, also nichts fühlt sich hier übermäßig plastikhaft oder hohl an. Das Ganze ist ziemlich fest verarbeitet, nichts klappert, nichts wackelt, so muss das sein. Hören wir uns als nächstes die Lautstärke der Pumpe an. Wie ihr hört, hört ihr nicht viel, die Pumpe kann man definitiv zu den Leisen dazuzählen. Das auch auf 12 Volt, eine Unterregelung auf 7 Volt ist ja wirklich nicht nötig, aus einem geschlossenen Gehäuse wird man nichts heraushören von der Pumpe. Die Scheibe, wie ihr seht, hier auch blau beleuchtet, hier auch nur blau verfügbar als Beleuchtung. Wenn euch blau also gar nicht passt von der Farbe, ist dann schlecht. Vielleicht später nochmal eine neue Version bringen mit RGB-Beleuchtung, wie das viele Pumpen schon tun, wäre schön. Blau aber denke ich auch für viele Setups passend. Ihr seht auch, wo die Umtrennung ist zwischen den beiden Segmenten, ist auch noch so ein blau beleuchteter Ring angebracht, der aber nur relativ dezent scheint. Das heißt, ihr habt keine Vollbeleuchtung dann im ganzen Gehäuse, sondern es ist wirklich nur der Ring, der dezent leuchtet. Die Pumpe, also insgesamt wirklich ein schönes Modell. Die Unterteilung in zwei Segmente scheint in der Theorie zumindest sinnvoll. Wie viel es bringt an Lebensdauer, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Dass die Beleuchtung nur in einer Farbe ist, ist ein bisschen schade, aber dafür ist die Pumpe wirklich leise. Was zur Lautstärke natürlich auch nicht unerheblich ist, sind die Lüfter. Das sind natürlich 240mm Modelle, die recht ungewöhnlich aussehen. Die Blätter selbst sind nochmal so ein bisschen geschwungen, wie ihr seht. Das ist natürlich alles wegen Static Pressure und mehr Luftdurchfluss. Entkoppelt sind die Lüfter schon direkt. Also wir haben hier komplett alles mit Gummi ummantelt an den Seiten, sodass egal, ob man den Lüfter jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite aufliegen hat, man auf jeden Fall einen Gummipolster dazwischen hat, was die Vibrationen abfängt. Das Kabel ist sehr schön gesleeved, auch das Kabel darunter ist komplett schwarz, sodass selbst wenn der Sleeve nicht ganz bis zum Ende durchgeführt worden wäre, was er ist, wäre das auch kein Problem, da man keine bunten Kabel rausgucken hat. Hinten am Lüfter haben wir einen kleinen Schalter. Dieser ist versetzt eingebaut, also nach innen. Wir können den also nicht ohne ein Werkzeug betätigen und er kann sich auch nicht aus Versehen selbst in eine andere Position bringen. Der Lüfter selbst wird dadurch von der Maximaldrehzahl beschränkt. Das heißt, wenn ihr ein Board habt, was vielleicht im BIOS nicht so viele Lüfteroptionen bietet, sodass ihr das nicht optimal einstellen könnt, kann man hier natürlich noch die Lüfteranzahl runterregeln und so eine niedrigere Maximaldrehzahl wählen. Hören wir uns den Lüfter mal an, auf der höchsten Einstellung bei 12 Volt. So, wie ihr hören könnt, sowohl was Lautstärke als auch was Luftzug betrifft, gleicht das einem Orkan. So hat man sicherlich die meiste Leistung. Das Ganze geht aber deutlich zulasten der Lautstärke und ist auch aus einem gedämmten Gehäuse gut rausführbar. Gehen wir mal eine Einstellung runter, denn das hier waren 2200 Umdrehungen, da ist denke ich mal jeder Lüfter laut. Auf die mittlere Einstellung gedrosselt, halte ich den Lüfter schon für deutlich alltagstauglicher. So könnte ich ihn auch locker im PC haben, das ist jetzt natürlich immer noch Volllast und das werdet ihr im Idle nicht haben. Schauen wir uns also mal die Silent-Einstellung an. Wie ihr hört, hört ihr so ziemlich nichts, denn der Lüfter ist jetzt wirklich sehr leise und wirklich uneingeschränke zeilentauglich. Zudem haben wir hier auch keine Lüftergeräusche beziehungsweise kein Rattern, kein Knarzen, was ja viele Lüfter, die auf hohen Drehzahlen auch getrimmt sind, im unteren Drehzahlbereich haben. Hier also ein wirklich schöner Lüfter mit einem sehr weiten Regelbereich. Je nachdem, ob man wirklich viel Leistung möchte, kann man die auch abrufen. Wenn man das gerade nicht braucht und nicht übertakten möchte, kann man auch die Lüfter einfach runterregeln und kann sie ohne Probleme und ohne Nebengeräusche auf sehr niedrigen Drehzahlen betreiben. Also wirklich schöne qualitative Lüfter, die sich sehen lassen können. In Kombination mit der leisen Pumpe kann man eine leise Gesamtgeräuschkulisse erreichen. Schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör noch an. Dieses kommt in einen schlichten Karton. Dort ist alles nochmal ein bisschen vorsortiert und wir schauen uns natürlich an, was alles so beiliegt. Sämtliche Kleinteile, Schrauben etc. sind in so einer Box schon vorsortiert. Ich finde das Ganze ziemlich praktisch, habe ich auch schon bei anderen Cooler Master Luftkühlern gesehen, denn so kommt man direkt an alles gut ran. An Wärmeleitpaste legt Cooler Master eine Minitube vom Master Gel Pro bei. Das ist auch wirklich keine billig Wärmeleitpaste, eher eine hochpreisige, die man auch so einzeln kaufen kann. Insofern wirklich eine gute Wärmeleitpaste dabei, auch wenn ich die für meinen Test aus Vergleichsgründen nicht nutzen werde. Die größeren Teile sind nochmal einzeln verpackt, also verschiedene Halteklammern, Backplate usw. Die Backplate ist universell für AMD und Intel, je nachdem welche Seite man verwendet, mit entsprechenden Bohrungen, so dass sie für verschiedene Sockel genutzt werden kann. Was noch beiliegt, was ich sehr sinnvoll halte, das hat ja die letzte Wasserkühlung vermissen lassen, ist ein Y-Lüfter-Adapterkabel, um beide Lüfter auf einen Lüfterplatz zusammenführen zu können. Aber oh mein Gott, was ist das am Ende? Bunte Kabel und das nicht gerade wenig. Was das soll, weiß ich jetzt auch nicht. Da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr, ein paar Zentimeter Heatshrink weiterführen können. Es ist zumindest nicht die entscheidende Seite. Die, wo man es am Lüfterplatz anschließt, ist komplett gesleeved und die kann man dann andere Seite auch hinter dem Mainboard-Tray verstecken. Aber warum das hier jetzt so bunt ist, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Da könnte noch nachgebessert werden. Schlimm ist es nicht wirklich, aber wenn alles andere bis jetzt so schön gesleeved war, frage ich mich, warum nicht dieses Kabel. Im weiteren Lieferumfang enthalten ist so ein Gummirahmen für einen 280er Radiator. Hier kann man die Lüfter draufsetzen und wie ihr seht, geht das noch so ein bisschen nach oben. Damit werden sie nicht nur zusätzlich entkoppelt, sondern die Luft wird auch am Rand nochmal zurückgehalten. Das heißt, es kann zwischen Lüfter und Radiator nicht so viel oder keine Luft entweichen und die Luft geht dahin, wo sie hin soll, nämlich durch den Radiator, was theoretisch nochmal für ein bisschen bessere Temperaturen sorgen sollte. Für den Test werde ich ihn deshalb natürlich auch verbauen. Was noch mitgeliefert wird, ist natürlich eine Anleitung. Diese geht ziemlich in die Länge, denn sie besteht quasi aus einer Menge Einzelkästen, die aneinandergereiht sind und so den Einbauprozess bildlich darstellen. Das Ganze ist recht gelungen mit Pfeilen und so weiter und farblichen Hervorhebungen, beziehungsweise das eine ist dunkler gefärbt, worum es dann geht. Aber ich denke mal, das ist für jeden verständlich. Optionale Beschriftungen wären auch nicht schlecht gewesen, aber so sollte auch keiner Probleme haben, den Kühler zu installieren. Ob das wirklich der Fall ist, das schaue ich mir jetzt auch an, denn im Rahmen des Testes werde ich die Wasserkühlung natürlich auch wirklich testen und sie deshalb in mein Testsystem verbauen. Dazu können wir viele Sachen schon, ich sag mal, auf den Trockenen ohne Mainboard erledigen, zum Beispiel mit der Backplate. Hier brauchen wir diese Stifte und die müssen durch die richtige Halterung geschoben werden und anschließend kommen diese kleinen Plastikclips drüber. Das sichert die hinteren Bolzen quasi vor dem Rausfallen, denn viele kennen das vielleicht von älteren Systemen, dass man die Schrauben dann nicht gesichert hat und dann braucht man eigentlich mindestens acht Hände, um das Ganze sinnvoll zu verbauen und zu verhindern, dass die Schrauben, wenn man sie von hinten gegen drückt, wieder nach hinten rausfallen. So ist das Ganze quasi eine Einheit und kann als solches nicht mehr verrutschen. Als nächstes nehmen wir uns den Pumpenblock zur Hand, da brauchen wir diese Stege hier, die haben eine Kerbe in der Mitte, sodass sie auch, wenn man sie einmal eingesteckt hat, nicht verrutschen können. Die werden hier unten so eingesteckt, das passt auch genau, und die Löcher liegen dann so übereinander, dass man sie festschrauben kann. Dafür liegen vier ganz normale Schrauben bei. Hier muss man also einen Schraubenzieher bemühen und schon ist das Ganze fest. Das machen wir natürlich auch auf identische Art auf der anderen Seite und schon ist der Pumpenblock vorbereitet. Sehr schön, dass die Stege hier so ein bisschen schwarz eloxiert sind und dann nicht in einer knallig silbernen Farbe, sage ich mal, herausstechen, sondern sich in das schlichte Schwarz des restlichen Kühlers einfügen. Als nächstes müssen wir auch wirklich das Mainboard bemühen, denn wir haben jetzt alle Schritte gemacht, die wir sinnvoll ohne Mainboard erledigen können. Als erstes wird die Backplate in Stellung gebracht. Diese ist genau so dick an den einzelnen Bolzen, dass sie gerade so hält. Man sollte trotzdem bei der Installation gegenhalten, warum werdet ihr gleich sehen. Grundsätzlich hält sie aber so in den meisten Fällen schon mal ein bisschen und ihr müsst nicht permanent gegenhalten. Als nächstes müsst ihr die Wärmeleitpaste auftragen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vorher natürlich die CPU einmal sauber machen, ist in meinem Fall jetzt schon erfolgt. Die mitgelieferte ist zwar sehr gut, um aber die Vergleichbarkeit bei allen Tests gewährleisten zu können und keine Abweichung aufgrund der Wärmeleitpaste zu haben, verwende ich wie in allen Tests die Cryorig CP5, beziehungsweise versuche sie zu verwenden. Die möchte immer nicht ganz so gerne mit der CPU haften bleiben. Ich mache wie immer nur einen Klecks in der Mitte und vertraue auf den Anpressdruck. Gerade bei einer ebenen Kupferplatte unten wird sich das schön verteilen. Nun den Pumpenblock vorsichtig von oben aufsetzen und man sieht auch den Grund, warum man die Backplate festhalten sollte. Flupp und weg ist sie. Ist jetzt nicht so tragisch, weil wenn man das runterdrückt und die Backplate wieder von unten hoch schiebt, hat man es auch wieder in der Ausgangsposition, man kann es aber auch direkt festhalten. Anschließend braucht ihr so ein paar kleine Rändelschrauben, um den Pumpenblock entsprechend zu fixieren. Handfest reicht hier völlig aus. Nachdem ihr die draufgeschraubt habt, ist die Kühlung auch soweit schon fertig installiert. Insgesamt also wirklich in ein paar Schritten ziemlich einfach machbar. Schlussendlich müsst ihr natürlich noch Pumpe und Lüfter auf einen entsprechenden Anschluss stecken, damit die mit Strom versorgt werden, aber das war es dann auch wirklich. Das Montagesystem zählt so klar zu einem der besseren. Ich habe schon weit kompliziertere gesehen und das ist wirklich in wenigen Handgriffen problemlos machbar und sollte auch für Anfänger kein Problem darstellen. Schauen wir uns die Temperaturen an, schlägt sich die Master Liquid Pro 280 recht gut. Sie ist auf einer Leistungsebene mit der LCC 360 Lico, welche ja einen größeren Radiator nutzt, aber doch recht schwach zu sein scheint, mit 26 Grad im Idle. Gut, da sind wir eh so etwa an einen Wert angekommen. Viel kühler geht es nicht mehr ohne extreme Kühlmaßnahmen. Ihr seht, 1 Grad nur wärmer als die Thermaltake Water 3.0, die auch noch ein bisschen aggressiver von der Pumpe her und so zu Werk geht. Natürlich, der 1 Grad skaliert entsprechend hoch, also wenn man jetzt eine höhere Umgebungstemperatur hat und die CPU auch mehr Hitze produziert, werden die Abstände natürlich auch größer. Dennoch denke ich, dass man mit der Master Liquid Pro 280 auf jeden Fall einiges an Übertaktungsspielraum hat. Insofern ein neuer Intel Prozessor oder auch die neuen Ryzen CPUs sollten von der Temperaturentwicklung kein Problem für diese Kühlung darstellen und man hat noch einiges an Übertaktungspotenzial. Wenn man nicht die volle Bandbreite der Kühlung, die die Wasserkühlung hier bietet, ausnutzt und noch etwas Spielraum lässt, lässt sie sich zudem auch sehr leise betreiben. Die Pumpe ist ja grundsätzlich sehr leise und wenn man die Lüfter nicht auf über 2000 Umdrehungen betreibt und niedrig laufen lässt, hat man vielleicht etwas höhere Temperaturen, allerdings auch eine wirklich silentaugliche Kompaktwasserkühlung und das ist ja aktuell immer noch mehr die Ausnahme als die Regel. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt liefert die Master Liquid Pro 280 wirklich überzeugende Ergebnisse ab. Die Pumpe ist für eine Kompaktwasserkühlung sehr leise und auch die Lüfter sind runtergeregelt silent-tauglich. Auf vollen 2200 Umdrehungen können sie auch noch wirklich viel leisten, wenn man sie lässt. Dann sind sie natürlich ziemlich laut. Kleinere Kritikpunkte wären bei mir zum Beispiel das nicht ganz durchgesleefte Y-Adapterkabel, was wirklich nicht hätte sein müssen und dass der Pumpenblock nur blau beleuchtet ist. Das ist zwar schön und besser als gar keine Beleuchtung, für alle, die aber ein anderes Farbthema wählen möchten, vielleicht nicht optimal. Wer also eine preislich fair platzierte Wasserkühlung sucht, mit der er übertakten kann, die ihm aber auch die Möglichkeit bietet, sie leise zu betreiben, wenn er das möchte, der kann hier beruhigt zugreifen. Abschließend erhält die Master Liquid Pro 280 deshalb von mir auch den Mr. Apfel Gold Award. Das soll es mit meinem Review auch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like, One, Abo sehr freuen. Eure Meinung zur Vakü und generell Kommentare, Kritik und Anregungen alles in die Kommentarsektion. Ein herzliches Dankeschön an Cooler Master, für die Bereitstellung ihrer Wasserkühlung für diesen Test. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen beim nächsten Review wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Tschüss.